Oh, ich will es nicht. Oh, oh, okay. Haben wir geschafft? Ne, ich glaube nicht, oder? Oh. Weil du die abgeballert hast die ganze Zeit. Ne, ne, nicht die ganze Zeit. Da waren aber immer dickere Fahrzeuge. Aber ganz oft. Oh, ne. Doch, du hast sehr viel zu worry-wurrieren. Was, worry-en? Ja. Peter ist auf deinen Schutz angeheuert. Das kann ja nichts werden. Level up! Son of a bitch! Mehrfach-Kills. 50 von 500. Hehehe. Oh. Noch mal nachladen. Oh, da war ein Bandenmitglied von uns. Ja, du bringst wieder einfach die Leute um. Der war unter dem Auto, da kann ich doch nichts mehr. Oh, ja. Tatsache, sagst du jetzt so. Okay, er ist verbrannt, sehr gut. Immer dieses Nachladen. Oh, ich glaube, die wollte in das Auto steigen. Das war mir ärgerlich. Ach, das ist die FBI-Agentin, ne? Sehe ich gerade. Ja, kennst sie. Ah, kennst sie. Kennst du die? Hm. So, jetzt pass mal ein bisschen auf. Ich? Du Junge! Du Junge! What? War gerade auch so ein Scheiß-Wetter? Nee. Ah, es regnet da doch noch. Ich hasse, wenn das in Spielen regnet, ne? Hehehe. Oh, Peter, du musst aufpassen. Die sind selber explodiert, nicht durch die Rakete. Und außerdem war deine Rakete auch dabei, ja? Nein. Ich hab überhaupt nicht hingeschossen. Das Problem ist, dass ich hier nichts sehe. Ja, du brauchst auch nicht nach vorne gucken, nur in dem Ausstellung, wo du halt gucken kannst. So wird bestimmt immer nach vorne drehen, ne? Nein, ich guck nach hinten und nach unten und zur Seite. Aber ich sehe nie die Punkte. Dann sehe ich die Punkte hier aber. Irgendwie. Ja, die brauchen halt ein paar Sekunden. Aber ich krieg ja nichts zum Abschießen hier. Ja, ich schieße irgendwas ab. Nur mal so zur Info, ne? Sehr gut. Von links. Nein, nicht nochmal, nicht nochmal. Jetzt. Oh, oh, der war knapp. Jetzt kommen gleich die Panzer an. Die sind gefährlich. Da hinten. Oh, oh, oh. Fast da drauf gefallen. Jetzt fliegen wir schon wieder so komisch. Ja, ich kann nicht drehen. So, okay. Was machen die denn da? Ne, da war nachts. Da oben. Sehr gut. Oh, Vorsicht. Genau da drüber geflogen. Nice shot. Ich töte einfach nur alle anderen Autos, die hier sind. Ja, sehe ich auch nicht. Das war ein Bulle. So, noch ein Viertel. Ne, noch ein Drittel, ne? Hm. Wo fahren die denn her, Mann? Boah. Vorsicht. Ja. Ne, der war von dir. Ich hab ja nicht... Ich hab... Aber ist ja nichts passiert. Oh! Der wurde von hinten voll angegriffen. Du hast ja fast gesehen. Ja. Ich glaube, wir sind gleich da. Aber ich hoffe. Oh, guck mal. Oh, sauber. Hui. Errungenschaft freigeschaltet ins Licht. Und wenn wir dann nur 2000... Oh, ne. 6000. Yeah. Yeah, respect. Geil, oh, Matt. Willst du jetzt nochmal den Flughafen kaufen? Ne, kann ich nicht. Ich aber. Ich hab nur 20. Wie glaub ich? 54 irgendwas. Krass. Ja, dann spare ich eben. Was ist das? Ne, ne? Ne. Ich bin eh erster da. Ist ja nicht gerade, ähm, schwierig. Warum nicht? Na, wenn ich ja noch kein Fahrzeug habe. Du kannst doch anrufen, ne? Ne, ich will aber nicht. Mein Auto. Ich bin hingefallen. Oh. Was mach ich denn hier? Das Moped ist voll scheiße für eine Weedie. Warte, da sind neue, da sind andere Mopeds. Na, ist genau so eine Harley? Ach, Junge, mach Platz da. Für 200 Meter hol ich mir jetzt so ein super Ding. Hui. Oh mein Gott. Ach, du bist schon da. Ja, klar. Ja, klar, sagt er. Vorher nie da gewesen. Schnell genug. Oh. Oh Gott. Du fliegst das jetzt aber, ne? Muss ich selber was fliegen? Oh ja. Was muss ich denn machen? Ja, da ist der Kontakt. Wir müssen Kind sie wieder beschützen. Das gibt nichts, Peter. Du weißt, ich kann dieses Flugzeug nicht fliegen. Nicht? Nein, ich komm absolut nicht klar. Wo müssen wir dann hin? Ist das für den Grünfall? Ja, den Grünfall müssen wir beschützen. Ach so. Ich hoffe, da ist immer so ein Zwischenspeicher drin. Hui. Ach, geht doch. Rechnet doch gerade von dir gut. Ich bin viel zu hoch. Trotzdem kriege ich das nicht so hin. Ich bin viel zu hoch, Mann. Ah, genau. Mit Steuerung war es. Und... Und wie sinkt man? Steuerung. Und wie steigt man? Äh, Shift. Soweit die Theorie jetzt. Ja, ist so. Ah, da liegt sogar ein Paket in der Ecke. Geil. Oh, die Raketen brauchen viel zu lange. Yeah, jetzt kommt noch eine Kampfhubschraube. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Okay, bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Warte mal, bei Shift steige ich irgendwie. Ja genau, bei Steuerung sinkst du. Ach so. Aber wie komme ich denn nach vorne? Äh, mit weh. Das sieht so aus, als wenn ich da überhaupt nicht nach vorne komme. Ja, je nachdem wie hoch du bist, ne? Wenn du da, was weiß ich, Kilometer weiter oben bist, dann klappt das auch nicht. Also dann sieht das so weit weg aus. Oh. Hilfe, es regnet. Okay, ein Stopp noch. Ich hab den grünen Pfeil verloren. Ist auf der Karte. Oh. Das war ein Kampfhubschrauber. Du guckst da genau in die richtige Richtung. Ja, jetzt wieder. Klappt doch. Nicht wirklich. Klar. Oh, weicht der genau aus, der Wichser. Oh, Mist, vor weit weg. Ah. Aber wenn du dem hier folgen kannst, geht das doch, oder? Hä? Wenn du dem hier folgen kannst, dann geht das doch ein bisschen. Dann haben wir bestimmt gleich den Kampfhubschrauber zum Fahren. Na, zu hoch. Jetzt, bam. Ja, genau, fährt er durch die Tankstelle der Wichser. Okay, last one coming out. Okay, ich glaube, der letzte Stopp gerade, dann wahrscheinlich noch nach Hause. Ja. Ich hoffe, das hilft. Oh, sehr gut. Hui. Oh, Hubschrauber fliegen mag ich aber nicht. Geschafft. Hoffentlich haben wir denn jetzt für zu Hause. Oh, wir haben ja schon eine. Ja. Begleiter Kind, sieh, Kensington. Finden wir im Telefonbuch. Ey. Ey, geil. Ja. So, dann machen wir mal die Hauptmission weiter, was? Hörst du mal auf? Fand das gerade so cool. Oh, das ist ja gleich die Hauptmission. Was hast du denn gemacht? Bam. Das war geil. Renn gleich mal auf einen zu und drück dann linke Maustaste. Wegen anrempeln und Taschendiebstahl. Ne, eigentlich wegen umbringen. Mit dem Wagen hier kann das ja was geben. Wäre schön, wenn ich mal einen Wagen hätte hier. Komm, du. Cybertynes. Oh, du hast ja noch ein schönes Auto. Der macht sogar Piep, wenn ich Rückwärtsgang einlege. Cool. Ach gut. Mit dem wäre er auch nicht weit gekommen, glaube ich. Gerettet. Ich habe dich vorhin zwei Blöcke gekommen. Trafikkameras. Sie sind überall in dieser Stadt. Gut, zu wissen. Ich bin ernsthaft. Du sollst dein fancy überpriced Telefon ausbauen. Ich kann dich auch durch das finden. Ja, schau. Ich fühle mich irgendwie weirut, eine Konversation zu haben. Total agree. Wir sollten uns das Navajo-Kode-Dialekt benutzen. Komma Ferrer. Ich habe die Dekas. Ja. Paranoid. Ja. Ja. Ich habe die Dekas vorgeschlagen. 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 Ja. Ja. Ja, ja. Drop your phone, man. Also das war jetzt quasi das letzte, so. Ja. Dann haben wir nur noch den Hauptteil. Das machen wir jetzt noch und dann schauen wir mal. Alter, 3000 Meter. Ach, der wieder. Fahr ruhig ohne Milch. Ach, wolltest du mitfahren? Oh yeah, Überweisung komplett. Ich laufe erst mal ein bisschen zu Fuß rum. Und ich fahr falsch. Weil ich kann mein Auto wieder nicht bestellen, das ist blöd. Nehme ich den hier. Weg da. Ich muss drehen. Ich habe einen Solar. Aber da geht ja gar nichts bei der Entfernung. Man kann durch die Taschen, äh, durch die Taschenlampe durch die Tankstelle fahren. Kleine Taschenlampe fahren. Weg da. Ja, wuhuuu. So, versuchen wir mal. Oh. Hier parkt auch kein gescheiter, sehe ich gerade. Ne. Ah, da bist du. Oh Mist. Heckklapp ist aufgegangen. Ist doch nicht weit von mir entfernt. Oh. Da war doch da glatt noch ein... Ding. Dich verfolgt einer. Ja, ich merke es schon. Ich merke es schon. Okay. Ich rief da.